So, Nikki, how is your day today? Muss ich Deutsch sprechen? Oh, ich muss Deutsch sprechen. Oh, man. Oh, nein. Oh, Leute. Okay, mein Tag war gut. Wie war dein Tag, Rumble? Was hast du gemacht? Was hast du heute gemacht? Ich versuch gerade, ich versuch deutsche Worte zu finden, die ähnlich wie Englisch klingen. No, no, switching to English. Nein, ich muss Deutsch reden. Scheiße. Das ist so komisch. Die Sachen auch. Ja? Ah, Hühnchen. Nein. Nein. Okay.